Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Together Rathurs of Allem mit dem nervenden, stinkenden, unerträglichen... Ich... Alter, ich habe nicht mal zum Brustpanzer. Ich verliere mal ganz kurz fünf Herzen, wenn du dich mit... Hör auf, ich bin gleich tot! Ich schlag dich mit Fleisch! Ich habe nicht beim Brustpanzer... Dann bleib doch mal stehen, dann gebe ich dir auch einen Brustpanzer. Ich habe dich letzt... Ja, siehst du, ich hätte dich jetzt auch zusammengeschlagen, weil du hast letztes Mal gesagt, du hast keinen... Aber geh du vor, bitte. Ja, wir wollen gerade diesen Turm erkunden und letzte Folge war... Recht, äh, Streit... Ah! Nein! Nur noch ein halbes Herz! Dann trink doch mal ne Polen, nen Potion. Meint, ich will aber Potions nicht verschwenden. Nam 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 nam... Ich esse sie denn sonst aufbewahren, oder was? Ja, für Notfälle. Ich hab nicht mehr so... Das ist so Notfall. Alter, geh weg, dieses Super... Gewe... Und ich sag mal, dass du weggehend sollst, ne? Yoopstick, sorgt. weißt du was ich das Ding denn gefressen die Hilfe weiß weiß was ich renne jetzt an diesem Teufelsgerät vorbei Alter wie flott ist das Teufelsgerät aber das ist das gleiche was er weiße was er bestätigt der Städte stehen wir müssen gleichzeitig dann kann einer von uns vorbei los 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 renn einfach nur rennen weil er wird es erst mal auf einen stürzen auf den hässlicheren ich bin also auf dich ich bin vorbei ich bin dann im Ding vorbei es stirbt nicht es stirbt und es stirbt nicht ich bin oben angekommen wehe da ist jetzt nichts dann werde ich böse ja ich hab's tot es hat ein Goldnugget gedroppt und ein richtig alter was denn ein Schwert mit scharpenes Zehen und ein Goldnugget geil Goldnugget mir geben okay Moment komm mal her hier ist so ein langer Flur hier geht's richtig weiter hört man meine Mutter staubsaugen ja komm da ne gar nicht so so danke also merken wir können diese Problem oh geil ach so Geräte auch vernichten Alter wie geil jetzt ich hab mir richtig gut ausgerüstet jetzt dann schnappen sie mal jetzt hier die dann kriegst du also dass die nächsten Sachen kriegst du alle weil ich habe jetzt hier so gute Schwerter und alles Guck mal das Wither Skelett ah ok das braucht schon noch ein paar Schläge aber es geht gut schnell kaputt Brustplatte Brustplatte die fast kaputt ist aber egal sie Kohle bekommen warte ich schmeiß das hier alles mal weg behalte mal Kohle und Drops von Monstern aber erstmal behalten ja mach ich ja auch immer ah warte wir sind auch da ist ne Tür warte hier hinter ist ein Bosskampf schon wieder hier ist schon wieder ein Bosskampf wo denn hier ah warte lass mal kurz hier gucken weil hier ist ne Tür die öffnet sich wahrscheinlich wenn wir den Boss besiegt haben das war so ein Monster das ist mal rausgehen das ist mal hier die Quark erledigt so bitteschön hatte was hier drunter ist was jeder nicht war Enten gesammelt Scheiße kommen jetzt wieder raus er geht in der Ruhe war aber der Geräusch gerade so war um so eine Kuh das war eine Kuh die sich gerade ziemlich erfreut an irgendetwas eine Kuh die sich an etwas gerade sehr erfreut um die würde gerade die wird gerade befriedigt um Prozent Lappen du bist ein Lappen weißt du das du bist so lappig mit dir kann man nicht mehr zum Boden aufwischen und auch mehr oder so auch qualitativ hochwertig in der Stelle steht das den Bosskampf machen ja und wenn das noch ein Zombie hast du jetzt eigentlich eine Brustplatte naja so eine billige die ist schon fast kaputt ist aber ich habe eine mit Armour 9 das ist kaum mehr dann machen wir mal den Bosskampf gegen wir spielen gegen Lord Frotzenberg Lord Frotzenberg ist doch schön ähm der hat Frozen Armor oh so du Frotzenberg du wow das sieht mir voll wenig mein Gott der macht dir überhaupt keinen Schaden der ist echt so was bist du denn für ein Endgegner die sind einfach zu gut für das Spiel du weißt ja ich bin zu gut da aber sterben der auch nicht wirklich ne portal to the frozen dream ist up was heißt das denn jetzt da na Boden guck ähm weiß Hilfe die haben Schaufel Schaufel da weiß Hilfe ich habe Angst ey was muss man hier machen da irgendwo öffnet sich gleich ein Portal aber ich da man soll hier irgendwie fünf Sekunden stehen bleiben oder was da was ist das für Hobbits hast du ne Ahnung was man machen muss nein aber ich bin gleich tot das weiß ich nur also warte mal stand still on a note for five seconds and you you should break the mechanism hatte ich bin tot jetzt bin ich wieder in diesem Raum drin komisch seltsam es nach der englisch ist das kann man nicht immer verstehen dann bitte dass der nachter wenn es auf englisch ist dann kann man nicht immer alles verstehen ja man soll uns irgendwie auf diese Nodes stellen ich kann sagen das kann man gar nicht töten solange wir nicht diese Dinger da haben aber lass mal wieder hier ok in diesen Strahlen und dann werden wir tippet so ja ich glaube man muss ich hier auf diese blauen Dinger stellen oder so ich geh jetzt mal aufs gelbe und versuche mal mit fallen und Bogen die Fernzeiten ich bin auch gleich wieder tot sind still on a note for ich hab noch ich bin schon wieder dauer das sind wir seltsam ich habe es einfach wieder die Skeletter an ich glaube nicht dass das Tod kriegs ehrlich gesagt aber was gibt es denn hier noch? vielleicht kann man hier noch irgendwie irgendwie weiter oder so das gelettkrieg ich dachte das gelettkriegs nicht tot ouch dann probier's einfach nochmal ah das ist rausgefahren das ah ne das ist abgebaut ne das war es ja so jetzt war mir so mal jetzt ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es wirklich nicht ja nicht wir sind so dumm für das Spiel Herbert ich merke es nicht okay jetzt müsste man meine Mama war nicht saugen hören ich höre es wirklich nicht und Spaß super wenn der Aufnahme müsste man es auf jeden Fall hören dann und die kommt ja gerade hier hoch ich stehe gerade am grünen nein ich war so lange drauf schon ja ich verstehe nicht wir stehen da ja auch fünf Sekunden lang drauf no down no down ah ok ok und jetzt dann hat es gereicht das Grüne wahrscheinlich dann Martin treue tolle Weiß ist wieder geschafft für uns Heißlapier sterbt gleich ich habe auch noch drei Herzen eins Herz äh warum stirbt ihr denn nicht ah nein ja sie ist es grün hat geklappt ich war lang genug drauf man muss einfach scheiße lang drauf stehen auf welchen denn auf welchem standst du denn auf grün stand ich das sah jetzt an sogar ich verstehe ich mich jetzt hier drauf einfach no down weil ich war lang ich war wieder lang genug drauf weil ich toll bin Herbert nein bist du gar nicht du bist ein Popo man Aua ja das stimmt nicht eigentlich müssten wir einfach nur warten bis das Ding wieder angeht und wir wieder in den vielleicht wenn der bestimmte Schaden bekommen hat vielleicht dann erst bitte einfach drauf kloppen die ganze Zeit ja das ist ja auch schön abwechslungsreich hier das Netz bleibt ja äh 20 Minuten immer noch im Drum kloppen sollte man sterben dürfen ne weiß nicht passiert hier nichts ja ich glaube wir müssen den bestimmten Schaden machen es reagiert wieder ach so wie kann man das mit Command Blocks irgendwie eigentlich nicht ich weiß es selber nicht hm das ist echt so ein Teufel zum Beispiel oh 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 wir kommen her die ich dir einen Helm. Auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall. Ja, ich habe Eisen noch. Hast du dir? Ja. Oh, danke. Nein, was es gibt. Upsi. Upsi. Ja, was soll das denn jetzt hier? Ich verstehe es auch nicht. Unbreaking oder was? Was soll das denn hier? Ich meine, wir nutzen ja auch nur unsere Sachen ab. Echt? Ah! Das ist ein Voraus. Ja. Ja. Top. Es hat einen Eisenbarren gedroppt. Mehr nicht. Ah, doch, da ist die Schallplatte. Dann kriege ich diesmal die Sachen. Jo. Hier, du gib mir die Schallplatte. Warte, oder leg rein. Sachen. Ich will aber trotzdem sehen. Ein Schwert kommt auf jeden Fall runter. Was hast du für ein Schwert bekommen? Ein Schwert. Nightbringer. Scharpen ist X. Ja, das habe ich auch. Genau, das habe ich auch. Was stand dann im Chat? Oh, I see. Go upstairs and jump in the well. Warte, da kann aber noch mehr. Es kam noch mehr, glaube ich. Hast du irgendwie noch was bekommen? Irgendwie Rüstung oder so? Nee. Komm mit hier hoch. Hier geht es weiter. Weiß. Oh. Hier ist Lava. Ich glaube, wir müssen hier wieder raus, wie immer. Ach, da hinten. Hat es wieder geöffnet. Ah, genau. Das habe ich doch gewusst. Ich habe doch gewusst. Geh weg, du Nichtswisser. Ey. Ich habe noch zweieinhalb Herzen. Man, ich will endlich Rüstung wieder. Sieht wie geil du aussiehst. Du bist einfach komplett voll mit Pfeilen. Ja, du auch. Drück mal E, drück mal E. Nee. So siehst du aus. Ey, lauf nicht in mich. Perverse Sau, du. Perverser Sado. 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 Ja, das ist eine riesige Burg, ne? Oh, Mann. Ah, wollte ich nicht. Nein, heimloh. Und dann ist so nicht, der weiß noch so was und die extra. Nein, wirklich nicht. Okay, du gehst da lang. Ich geh nicht andersrum. Nein. Sattgasse. Wäre ich fast wieder runtergefallen, zurück in mein Land. Ey, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, wir sind falsch geworden, oder? Nein, da ist doch eine Leiter. Ah, aber hier sind Schalter. Ach, hier hinter, hinter der Leiter geht's weiter. Ah, da, da, da. Ja, hier ist ein alter Brunnen. Komm, ich spring jetzt einfach rein. Oh, da sind aber, da sind aber so Dinger. Hä, ich holte nur irgendeine Stoff-Tipet. Ah, okay, ich auch. Ah, super. Endlich mal Villager wieder. Alter Tempel ist das hier. Boah, ich hab hier noch so viele Scheiße drin, ne? Ich muss jetzt auch mal meine ganzen Krempe ablegen. Alter, ich hab so viel Zeug. Ich hol jetzt erstmal ganz viele, ähm, Potion of Healing hol ich jetzt erstmal. Okay, hier gibt's Essen. Bier. Hier gibt's Cookies. Ich kaufe mir 24 Kekse. Wäre das doch schon mal geklärt. Oh, geil, äh, und? Für eine Brustplatte? Ja, ich kann mir endlich eine Brustplatte holen. Ich hab mir eine Brustplatte geholt. Oh, Madness. Hier gibt's nur Sachen für Gold Nuggets, ne? Ja, ich gold. So, noch ein paar Steaks. Ich muss aber echt mal so ein paar Sachen ablegen. Ich hab jetzt hier noch Richlust, Kohle, Endertrennen. Das brauch ich ja eigentlich alles nicht mehr, ne? So, ich hab jetzt nur ganz viele Steaks wieder geholt. Tu jetzt mal echt die Sachen wegkauen, die ich gar nicht brauche. Boah, ich hab jetzt hier Kohle und Eisen. Knochen und Rottenflash und sowas behalten immer. Ja, ja, aber ich hab jetzt hier so eine Kartoffel oder so. Ähm, Gunpowder behalte ich jetzt auch mal. Was kann weg? Magma-Cream. Cold behalte ich jetzt doch mal. Leere Glasfasche. Durch auch weg. Gold Nuggets. Zehn Stück auch wegwerfen. So, und ich guck jetzt mal in dieses Quest-Look, weil da will ich gern nochmal... Äh, wo waren wir denn? Ähm... Warte, ich kauf mir noch einen Regenerationstrank. So, so, Quest 8. You found out that an old temple was hidden under the castle. Perhaps you will be able to cleanse greener from demons and stop the corruption. Ach, wir sind jetzt durch, weiß. Das ist das letzte Event. Aber, ich spiel schon durch? Ja, laut, laut hier schon. Lol. Also, wir sind jetzt auf der letzten Quest-Seite. Also, Moment, ich geh mal auf Seite 9, ist da, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt in dem Tempel und da steht Complete the Final Event. Ja, das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal kräftig davor kloppen, oder? Quest 9 to be continued. Make sure you follow Hypixel on YouTube and don't miss the release. Also, ich bin dafür, dass wir uns jetzt hier, das ist doch perfekte Arena, immer schön uns kloppen. Ja, äh, wie auch so. Über und, ähm, dann 3, 2. Ja, Moment, 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 Moment. Oh, du hast jetzt so übergute Sachen, aber ich hab hier eben wohl Schuhe weggeworfen. Ich hab ja, wir haben jetzt genauso gut. Ich hab hier nur mir eine Brustplatte geholt. Demon, Demon Skin heißt die. Okay, 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 bist du bereit? 3, 2, 1, go. Was hast du für einen Bogen? Alter, ich treff nicht, das ist so peinlich. Wow, ruckelt das gerade bei mir. Da kommt er angesprochen. Ah, scheiße, ich hätt nicht trinken sollen, das war dumm von mir. Jetzt hab ich einen Regenerationstrang verbraucht und bin gestorben. Regenerationstrang und Heildrang. So, komm, wir gehen jetzt hier, Event. Jo, richtig. Ich will jetzt jetzt machen. Boss, drück, drück, drück. Abilities, unknown, okay, oh, geil, das wird jetzt richtig schwierig, glaub ich. Oh, weiß, ich hab Schiss. Diesen Club. Nicht abackt, ich will nicht mehr. Hilfe, hier ist ein Viech. Ein Tier. Zwei Vieches. Die Vorreiter der Apokalypse. Nein, Hilfe. Wandelcheck. Ah. Oh, sorry. Nein. Ah, ey, irgendwie sind... Ich drück jetzt mal auf den Dschungelknopf hier. Das hat bestimmt was Tolles. Weiß, ich hab Angst. Dein Helm ist put. Ich kämpfe mich jetzt hier hin. Okay, weiß, die kommen, töte sie mit Feuer. Weiß kämpft und ich chill hier einfach nur so die Bohnen. Boah, ein bisschen beim Bohnen. Zack, die Bohnen. Okay, ähm. Geh du mal da hinten hin und... Hä? The dream world is open. Use the altar. Was? Und die Frage, die viel wichtiger ist, wieso hab ich keinen Ton? Weil du kacke bist. Ton auf. Gross. Komisch. Ja, runter da. Irgendwann mit Altar, ne? Ja, warte mal, warte mal. Ah, wir müssen die Altare da oben zerstören. Die sind in den Türmen drin. Okay, dann tuten wir da. Warte, springt zwei hoch. Ich bin hier auch cool. Geh dann schieß ich den mal ab. So eins. Das ist ja einfach. Da, der Hinterrat war. Treffer und Leute. Was ist das? Ich bin getroffen von da. Ja, echt? Ich bin nicht gut in Fallenbogen. Außerhalb am Kampf, da hab ich gefehlt. Mich schäme ich dafür. Alle werden mich jetzt diabonieren und daten. Ja, bitte. Das hoffe ich. Nein, das. Oh nein, ich bin gleich notweiß. Bitte nicht, nein. Ha, ich hab gesagt, ich weiß. Meinetwegen, der ist so verdient. Bitte? Wie bitte? Wie bitte was? Ey, weiße auch. Ja. Ja, guck mal, wegen dir hab ich jetzt wieder all meine Sachen verloren. Der Helm war eben schon kaputt. So, Treffer, Schrott. Was? Ja, ich kann's halt. Ja, ja, komm mal. Ey, wo ist denn der nächste Altar? Ich glaub, das waren drei nur. Ah, nee, da ist noch einer. Wer macht denn drei Altare? Hier ist ein Brunnen oder sowas. Ah, da ist einer. Da ist nur einer unterm Berg gewesen. Ah, genau, ja. Mama weiß trifft nicht. Was hab ich bewirrt? Yes, I corrupt the skies of the sky. Yes, the people. We are so profis. Okay, weiß ich, wie wir mal ausprobieren. Wir drücken jetzt gleichzeitig die Buttons. Du gehst zu dem einen und, okay. Okay, drei, zwei, eins, go. Verdrückt. Oh, ich auch. Ich denke, es kommt gleich eine zweite, ähm... Bitte? Ich denke, es kommt gleich so eine zweite Dream World und dann, wenn wir die auch geschafft haben, dann kommt so ein Mega-Endboss, Mega-Pussy. So ein Megi, 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 Mogi. Alter, diese scheiß Wieser-Skelette. Ich will die für Erfahrungspunkte hast du eigentlich. Level 46. Hm. Entschuldigung. Oh, okay. Dream World is open. Stimmt überhaupt nicht. The Nightmare World is open. Gut, ich drück den Knopf, okay. Ja, okay. Ah, okay. Warum hast du das gedrückt und ich das Dschungel? Ja, weil Neid mehr. Ich denke, das Neid, das Dschungel, wir eben waren. Naja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, direkt die Altare abwandern. Ah, okay. Einen habe ich. So, habt ihr einen? Wieder von ganz weit weggetroffen. Ja, super, bis jetzt vielleicht. Deine Mama. Hey, was war immer mal in Ruhe. Guck deine Mama, jetzt wird deine Netzplace. Oh, mein ja, alles von mit Feuer. Und ich sehe nichts, der hält. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. So, die haben wir kohlen. Und das Albtraum wäre jetzt. Wenn jetzt noch Roden-Gobolde käme. Oh, Mann, es gab übrigens keinen Roden-Gobolden-Gobolden-Gobolden. Okay, den einen habe ich auch. Den habe ich doch schon gehört. Ende jetzt. Nein, das geht auch nicht an den Außenbring. Die hängen praktisch an der Wand. ja ich weiß ein paar Leiter aber ein Stadter ein dauerhaft der Städte Schäuble der Leiter der Beine der Beine manche ich bin der Wichter sich nun okay um das heißt es kommt wahrscheinlich mit Ober- um vor allem nicht du meinst du meinst den Ober-Mongo-Mongo genau den Ober-Mongo-Mongo weil sie vor allem Zerblieren so übel scheiß und hässlich der Welt da war es aber das ist ein weiteres ab Tötet das Böse gemacht okay ich bin dafür dass wir gleich Dschungel drücken das war irgendwie gemütlicher Warno im Dschungel er schafft er unterbieten was passiert denn jetzt keine Ahnung aber jetzt weiter irgendwie kommt gleich was im Text bestimmt sind die inzwischen durch sie gehen weil das Open News Alter ja hier wieder das da drückt drückt ist mein Sohn drückt es ja okay das wird machen da war doch schon wahrscheinlich wieder weil wir auch keine Hobbys haben und so wow Wizzler vielleicht wieder machen da ist ein Mizzler jetzt gekommen nein was da sind für ein Knorkel fähig Knorkel Knorki Morki alles Knorkel bei dir Alter diese Scheiße kannst du mir mal helfen ja ich kämpfe grad gegen irgendwelche Zombies die ich möchte gern es gelitzelt und irgendwie 30.000 Blöcke hochspielen ja mal hier mal den Peter helfen ich bin auch gleich tot ich kann endlich abschießen ich kann endlich abschießen was soll das denn ich will nicht mehr spielen ich will nicht mehr spielen es ist tot es ist tot yes like a boss I got the leather star I'm the fucking best player on the world ich hoffe wir müssen die Altare wieder kaputt machen ach echt ha Pixrafter did it Pixrafter is really gay Kossi S Nutschin Fabians Sack jaja und zugeben osteuaren echt zu denzischen Klaus Stratt AB es tut mir leidtest du vorlieb ja unser Quoten Türke F.P Grut und Türke viele Orghochhochhochhochgo wahrscheinlich denken jetzt alle wäre das ist nein Quote Türke ist einer der istsur ich Türke kann aber Türke ist Fabi und mannig schon wieder aber was machst du denn die ganze Zeit weiß guck doch mal oben anzeige steht dieser mit lebensanzeige du super danke skelett ich hasse ich habe ich schon wieder alles super du bist der beste bitte ich verstehe nicht den unterschied zwischen dream und nightmare world der nightmare ist jetzt in der seitigen und dream ist die erde und so wer weiß es denn lasst doch mal gleich wenn neid mehr kommt auf das erde der auf den dschungel den kleinen leuchtenden ich habe ich hau dich ich drück da drauf weiß ja nein weiß kämpft mich zusammen mit anderen leuten und um das spiel zu gewinnen ein weiß muss mich töten möchte ich nur das hätte jeder tun außer die kohlen würden aber auch roten türkis rohne und die rüge erinnert alter alter und nach oben auch alt haare leiten der welt offen so dass wir wieder in der Hölle jetzt kommt schon wieder so ein schrubtelwilder und er ist dran schuld ich glaube es wird überhaupt kein einziger nein nein ja schieß ihn doch ab anstatt hier rum zu lümmeln ja ich mach die Altare kaputt nix Altare Altäre und ich muss hier sterben oder was ich hab schon zwei Altare da aufgemacht Alter, uns Abonnenten und vergesst nicht mit dir nach dem Video uns alles zu abonnieren favorisieren kommentieren auf Twitter uns zu folgen auf Facebook uns zu folgen uns da zu liken bei MFN zu folgen uns da zu abonnieren bei meinem Video unsere Livestreams zu gucken und? Again, get a new never star was die Altäre wieder kaputt machen? was? yeah, ja, da oben ist nur einer ich hab die meisten Schrott gemacht eigentlich ja, ich kann aber nur Loser du kannst nämlich gar nicht Goldnuggets Goldnuggets sind jetzt egal ich hab überhaupt nicht überweist oder einfach mal auf I have present for you lauf nicht vor und klick irgendwas ich werd's auch sehen äh was ist das halt für ein Mongo? weiß das, da ist dein Papa Hülter ist mit voll Feuer okay, ich stell mich einfach hier hin und schieße du schaffst das da hinten, ne? ja, ich bin zwar nur von allen möglichen hässlichen umgeben und, ja, ich bin tot hey, Fabius war gar nicht da man kann den überhaupt nicht abschießen, den doch, hab grad abgeschossen ich glaub' jetzt wieder mit dem Schwert drauf der Schwert ist auch besser what the fuck, was zieht der mir alles mal ganz kurz? okay, du machst das Viech und ich töte hier so, so nebenbei Viecher mit Enerchest auf dem Kopf Gott, die Hand kloppt mich drauf gerade what the heck, was der mir ganz gut zieht der Geint ich will die Skilette wow man, ne, der triss mich einmal, ich bin tot ich hab' jetzt oft draufgekloppt meinem Superschwert super fair, super fair, super fair, super fair, super fair, super fair also, lass die Folge was? die schleudern mich so 30 Meter zurück ja, das nervt, ich hab' nicht noch so'n, so'n Trank stimmt, ich hab' Regeneration Trank den nehm' ich jetzt noch nein, das mein' ich gar nicht, ich meinte eigentlich ein Biestmode Trank, so hab' ich nicht oh, Biestmode Trank ja, ich nehm' dann irgendwie Alter, ich glaub' jetzt grad' gut omgieren drauf älter, zwei Schüsse, dann bist du tot alter, weiß ich wurde hier, werde hier alter ich nehm' wieder Regeneration Trank alter weiß ja, ich hab' noch Sachen für dich ja, dann tu' mal geben, weil die schießen zwei Schüsse von einem Skleid nicht mehr tot alter, ich hab' auch nicht, warte mal hier, warte oh, oh hier, ich hab's dir geworfen, hinter dir give me that oh, okay, thanks, bro, I love you was ist das denn für ein Überfähig? in English, let's play yeah, yes, we are, vom England end wie appealing from America, let's land the sucker I hate it, I hate it, I hate it from America, we have to chew äh, chew gum alter, lol lol, ich wurde grad' über die Mauer geschleudert oh, in English, word, ayo guck mal, wo bin ich, guck mal, wo ich bin herwert ich bin hinter der Mauer äh, dann schieß den entweder von daraus ab oder du teleportierst dich weil alleine kann die Stadt hier auch nicht machen oh, warte mal, game mode 1 drüber geflogen, game mode 0 die, 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 die die, 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 die spiel'n die, die, die spiel'n die, 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 die spiel'n Ich kriege die Items diesmal. Es gibt keine Items, es gibt keine Items. What have you done? Oh Gott, sie sind hinter uns. Hä? Ist das denn? Thank you for playing with fallen. To be continued. Alles geht weiter. Weiß ich gar nicht. So wie weit seid, was let's play? Jo, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Also mir hat's gefallen, bis auf ein Herbert war es richtig gut. Und ja, wieder weiterhin Vorschläge, was wir als nächstes spielen sollen. Das geht dann natürlich noch weiter, weil der Samstag ist jetzt der Weiß-Herbert-Samstag. Also entweder die neue Hypixel-Map namens Zombie-Apkalypse oder wieder eine Survival-Map wie Sky-Island. Vielleicht auch mal eine etwas längere, die hat jetzt nur drei Folgen gedauert. Schreibt einfach mal in die Kommentare eure Vorschläge. Kratzabend. Liked das Video wie noch nie zuvor. Gebt einen Daumen hoch. auch favorisieren, abonnieren und den Weiß natürlich niederhaten. Und natürlich dann den Pix de-abonnieren. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau Leute. Tschüss. Tschau Leute.